Herzlich willkommen bei ABACO Immobilien, einem Schwergewicht in der Immobilienbranche mit über 70 Büros deutschlandweit. Unsere hochqualifizierten Makler bieten Ihnen den kompletten Service von der Vermietung über den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken bis hin zu Gewerbeimmobilien. Alle unsere Makler sind bereits jahrelang in der Immobilienbranche tätig und kennen sich daher bestens aus. Sie beherrschen alle gängigen Methoden der Werteermittlung von Immobilien. Zwei Jahrzehnte Berufserfahrung sind die Grundlage für einen geschulten Blick und damit für die bestmögliche Beratung, die Sie benötigen. Natürlich begleiten wir unsere Kunden bis zum vollständigen Abschluss des Verkaufs oder der Vermietung und bieten selbstverständlich auch eine ausreichende Nachbetreuung an. Durch unsere Partnerschaft mit dem Deutschen Immobilienberater Verbund haben wir die Möglichkeit, uns in Deutschland mit einer Vielzahl von Kollegen auszutauschen und zu kooperieren. Mit unserem rundum sorglos Komplettpaket und dem ausgezeichneten Service von der ersten Datenaufnahme über eine solide Immobilienbewertung bis hin zur eigenen Drohne, die uns Luftaufnahmen Ihrer Immobilien oder Ihres Grundstücks liefert, sowie Videos, die Ihre Immobilie präsentieren, möchten wir uns von der Vielzahl der Makler in der Region abheben und können Ihnen dadurch einen Service anbieten, der seinesgleichen sucht. Das ist die Grundlage für eine solide und zufriedenstellende Abwicklung. Die Veröffentlichung Ihres Angebots auf über 30 Internetportalen und Homestaging verschafft Ihrer Immobilie eine höhere Aufmerksamkeit am Markt, sorgt für eine überdurchschnittliche Nachfrage, hebt den Warenwert Ihrer Immobilie und schafft daher eine hohe Preisstabilität und Kalkulierbarkeit. Unsere Referenzen und die sehr positiven Rückmeldungen unserer Kunden sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass es sich lohnt, mit uns in Kontakt zu treten, damit Sie in den Genuss unserer erstklassigen Dienstleistungen kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017